Jetzt lesen wir einmal den dritten Brief Das ist Johannes. 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 Der zweite und der dritte Brief des Johannes sind sicherlich briefe, über die man selten etwas hört. Der dritte und der dritte Brief des Johannes sind sicherlich briefe des Neues Testamentes. Aber sie sind sehr wichtig für unser praktisches Leben. Und diese beiden Briefe gehören sogar zusammen. Und diese zwei Liste, jeden z drugim, blisko sie łączą. Es sind mit die letzten Zeugnisse, die wir bekommen haben im Neuen Testament. Mianowicie obydwa, one są tymi ostatnimi świadectwami Pisma Świętego, jakie otrzymaliśmy w Nowym Testamencie. Johannes muss sehr alt gewesen sein, als er diese Briefe schrieb. Jan muss sehr alt sein sein, als er diese zwei Liste. Der erste Brief ist an eine Frau geschrieben. Der zweite Brief ist an eine Frau geschrieben. Sie bekommt das wunderbare Kennzeichen, dass sie auserwählt ist. Der Apostel betont sozusagen ihre geistlichen Vorrechte, die sie besetzt. Und das große Thema in diesem Brief ist, keine Liebe ohne Wahrheit. Und das große Thema in diesem Brief ist, dass unsere Liebe muss mit der Wahrheit verbunden sein. Das bedeutet, dass unsere Liebe immer immer mit der Wahrheit verbunden sein muss. Darum kommt am Ende die ernste Botschaft, einen Irrlehrer nicht aufzunehmen. Das heißt, das Kennzeichen der Wort ist, nehmt nicht auf. Und das Wort ist, dass sie nicht auf. Hier im dritten Brief ist es genau andersrum. Hier im dritten Brief ist es genau andersrum. Hier im dritten Brief ist es akkurat auf. Hier ist das Thema keine Wahrheit ohne Liebe. Hier im dritten Brief ist es genau andersrum. Hier wird die Wahrheit mit der Liebe verknüpft. Und das große Thema in diesem Brief ist, nehmt auf. Und das große Thema in diesem Brief ist, nehmt auf. Es gibt gläubige unter uns, die besonders die Liebe betonen. Es gibt in uns die Menschen, die in einem besonderen Art beurteilen, die Liebe betonen. Und vergessen die Wahrheit ein klein wenig. Und ein bisschen, wenn sie sich überrascht, um die Wahrheit betonen. Das ist nicht gut. Das ist sicher nicht gut. Es gibt andere unter uns, die besonders die Wahrheit betonen. Und vergessen die Seite der Liebe ein klein wenig. Das ist auch nicht gut. Und deswegen gehören diese beiden Briefe zusammen, weil sie beide Seiten behandeln. Und wir haben jetzt ein bisschen zu beschäftigen. Er spricht hier nicht von dem auserwählten Gaius. Er spricht hier nicht von dem auserwählten Gaius. Obwohl er sicher nicht war. Er betoniert mir die persönliche Ebene und spricht von dem geliebten Gaius. Warum macht ihr diesen Unterschied? Warum zeigt er diese Unterschiede? Es wäre sicherlich nicht passend gewesen, die Frau als eine gewichtete Frau anzuschreiben. Das heißt, der Apostel zeigt dir sehr viel fein gefühlen. Wie er die Gläubige anzuschreiben. Wie er die Gläubige anzuschreiben. Es ist der geliebte Gaius. Aber er liebt ihn in der Wahrheit auf der Grundlage des Wortes Gottes. Którego On miuhe w tej Prawdzie Słowa Bożego. Auf der Grundlage des Herrn Jezus selbst, der die Wahrheit ist. Na tej podstawie, której sam Pan Jezus ist Prawdą. Der Herr sagt das selbst in Johannes 14. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Jan to sam podkreślił w 14. rozdziale Jana, w 6. wierszu. Ja jestem Prawda i Życie. Droga, Prawda i Życie. Ich hatte gestern schon gezeigt, dass das Wort Gottes als die Wahrheit bezeichnet wird. Ja już wczoraj to pokazałem, że Słowo Boże jest określane jako Prawda. Der Herr Jezus selbst wird als die Wahrheit bezeichnet. Sam Pan Jezus jest też określany w Słowie Bożym jako Prawda. Und auch der Heilige Geist wird als der Geist der Wahrheit genannt. Ale również też i Duch Święty nazywany jest Słowem Bożym Duchem Prawdy. Ich weiß nicht, ob ich das finde im Johannes Evangelium. Może ktoś pomoże, w Ewangelii Jana to chyba jest zapisane. Doch Johannes 16, vers 13 muss das sein. Prawdopodobnie Jana 16, w 13. wierszu jest to napisane. Das heißt, die göttlichen Personen und das Wort Gottes werden als Wahrheit bezeichnet. To znaczy, wszystkie boskie osoby są określane jako Prawda. Und damit ist klar, was hier gemeint ist, wenn er sagt, ich liebe in der Wahrheit. Und deswegen ist es auch hier jasne, warum er sich zu ihm zurückzieht, um ihn zu ihm, die ich in der Wahrheit bezeichnet bin. Vers 2 ist sehr interessant. Der 2. wiersz dieser liste ist sehr interessant. Denn in Vers 2 werden zwei Wünsche geäußert. Und etwas, was der Apostel Johannes wusste. Was wünschte er ihm? A więc, was wünschte er ihm? Er wünschte, dass es ihm in den äußeren umständen gut geht. Und er wünschte ihm gesundheit. Und er wünschte ihm gesundheit. Das zeigt, der Apostel Paulus wusste im Augenblick nicht genau, wie es dem Gaius äußerlich geht. Und er wusste nicht, ob er Sorgen hatte. Er wusste nicht, ob er Sorgen hatte. Er wusste nicht, ob er Sorgen hatte. Ob es schwierigkeiten im täglichen Leben gab. Er wusste nicht, ob er gesund war in diesem Moment. Er wusste nicht, ob er gesund war in diesem Moment. Er wusste nicht, ob er in diesem Moment ist auch gesund. Für uns sind diese beiden Dinge vielleicht manchmal das Wichtigste. Aber er konnte es ihm nur als Wunsch äußern. Aber er wusste nicht, ob er das Wunsch äußern. Aber er wusste etwas über diesen Gaius. Und das ist viel wichtiger als alles andere. Nämlich, dass es seiner Seele wohl geht. Mianowicie, dass er seine Seele wohl geht. Noch einmal, dass er ihm nicht wünschte. Und ich hoffe, dass jeder hier, der sich nicht wünschte. hier ist, dass es seiner Seele in dem Punkt wohl geht, dass er ein Kind Gottes ist. Und ich hoffe, dass jeder, der jetzt in dieser Salle, in diesem Punkt akkurat kann auch auch, dass er sich gut bewirbt, dass er sich gut auf seine Dusche befindet. Weil er kann das auch beurteilen, dass er sein Kindes ist. Das ist die Grundlage für alles. Weil es sein Kindes ist die Grundlage für alles. Aber hier geht es noch um viel mehr. Hier geht es nicht nur um die Grundlage. Hier geht es um seine Treue in seinem christlichen Leben. Hier geht es um seine Treue in seinem christlichen Leben. Und da wusste er, dass es ihm innerlich gut geht. Und in diesem Bereich weiß er, dass er ihm innerlich gut geht. Wissen wir das auch von den Brüdern und Schwestern, mit denen wir in der Gemeinschaft sind? Oder haben wir manchmal berechtigte Sorgen? Hier wird uns ein Treuer Mann vorgestellt. Wir haben hier vor sich ein sehr wierer Mann. Der einen Startpunkt in seinem Leben hatte. Und der hier noch auf diesem Treuen Weg geblieben ist. Das ist nicht unbedingt normal. Wir haben wenige Personen, von denen wir das so klar lezen. Wir haben einen Henoch in 1. Mose 5. Also 65 Jahre alt war, fing er an mit Gott zu wandeln. Und bis zum Ende seines Lebens auf dieser Erde blieb er auf diesem Weg. Und so ist er der einzige Mensch im Alten Testament, von dem es zweimal heißt, er wandelte mit Gott. Ein anderes Beispiel ist der Apostel Paulus. Wir finden das in Philippa Brief, in Kapitel 3. Er sagt in Vers 7, ich hatte etwas für Verlust geachtet. Das ist der Zeitpunkt seiner Bekehrung in Apostelgeschichte 9, wo er ein Licht aus den Himmeln sah. Das war der Zeitpunkt in Apostelgeschichte 9, wo er auf der Welt sahen, wo er auf der Welt sahen, wo er auf der Welt sahen. Jetzt stehen in Vers 7 noch einmal die gleiche, in Vers 8 noch einmal die gleiche Worte wie in Vers 7. Aber in einer anderen Zeitform. Aber in einer anderen Zeitform. In Vers 7 hatte ich Vergangenheit für Verlust geachtet. In Vers 8 ist es geschrieben, in Vers 8 noch einmal die gleiche Worte. Und in einer anderen Zeitform. In einer anderen Zeitform. Und zwischen diesen beiden Versen liegen ungefähr 25 Jahre. Und zwischen diesen beiden Versen liegen ungefähr 25 Jahre. Und zwischen diesen beiden Versen liegen ungefähr 25 Jahre. Der Apostel Paulus ist auf diesem Weg geblieben. Und wenn er in Apostelgeschichte 25 Jahre später noch einmal über dieses Ereignis aus Apostelgeschichte 9 spricht. Dann spricht er nicht von dem Licht, das er aus dem Himmel sah. Dann spricht er von dem großen Licht, das er aus dem Himmel sah. Nur ein kleines zusätzliches Wort. Aber es zeigt uns das Herz des Apostels. Und ungefähr ein Jahr später spricht er noch einmal über dieses Ereignis. Dann spricht er nicht von einem großen Licht. Dann spricht er von einem Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlt. Ein zweites Beispiel von jemandem, der einen Anfangspunkt hatte und auf dem Weg blieb. Und so ist das hier bei diesem Gaius. Und so ist das hier bei diesem Gaius. Und so ist das hier bei diesem Gaius. Es kamen nämlich Brüder und legten ein Zeugnis von Gaius ab in Vers 3. Und sie sagen Davidu, dass er an der Wahrheit festhielt, wie er in der Wahrheit wandelt. Das heißt sein Leben und seine Worte, es war alles in Übereinstimmung. Er war damit ein Zeugnis für Gott. Sind unsere Worte, unser Wandel, bildet das ein harmonisches Ganzes? Czy zastanówmy się, nasze Słowa i nasze chodzenie przed Bogiem zawsze są w tej harmonicznej jedności? Oder sind unsere Worte manchmal viel frommer als unser Wandel? A może tak jest, że nasze Słowa są o wiele bardziej pobożne niż nasze osobiste pielgrzymowanie? Er hielt fest und er wandelte. My tu czytamy o Nim, że On trzymał się tego mocno i chodził według tego. Beides in der Wahrheit. I obydwie te rzeczy działy się w prawdzie. Auf der Grundlage des Wortes Gottes in verbindung mit den göttlichen Personen. W połączeniu z tymi podstawami zawartymi w Słowie Bożym i z tymi boskimi osobami. Und so sagt der Apostel in Vers 4, dass ihn das riesig freut. I dlatego też Apostel to podkreśla w wierszu 4, że nie ma dla mnie większej radości. Und er spricht von seinen Kindern. Gdy słyszył, jak się mają twoje dzieci. Es ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Nie do końca jest to jasne, co tutaj Apostel miał na myśli. Es kann bedeuten, dass Gaius durch ihn zum Glauben gekommen ist. Może tak być, że Gaius to przez działanie apostoła Jana doszedł do prawdy, do wiary. So spricht Paulus von Timotheus, von seinem echten Kind, das er gezeugt hat. Tak samo, jak właśnie mówi Paweł o swoim dziecku we wierze, o Tymotheuszu. Można by powiedzieć o synu poczętym we wierze. Es kann auch bedeuten, dass er eine väterliche Beziehung zu diesem Gaius hatte. Aber es kann auch so sein, dass Apostel Jan hatte einen eigenen родischen Beziehung zu diesem Gaius. Vielleicht aufgrund des großen Alteres Unterschiedes. Und weil Gaius mit Fragen, die er hatte, zu ihm kam. Und das ist gerade wichtig für junge Geschwister. Und das ist gerade wichtig für junge Geschwister. Dass ihr jemanden habt, wo ihr mit anderen Fragen hinkommen könnt. Dass sie zu älteren Schwestern oder Brüdern eine, sagen wir mal, väterliche Beziehung besteht. Dass sie zwischen diesen Mädchen oder Mädchen eine älteren Schwestern oder Brüder eine älteren Schwestern enthält. Dass sie sich eine älterliche Beziehung zu holen. Dass sie sich eine älterliche Beziehung zu holen. Dass sie sich eine älteren Schwestern beherren können. Das Gleiche gilt auch für die älteren Brüder zu den jüngeren Brüdern. Hier haben wir ein solches Verhältnis. Und so war Gaius eines seiner Kinder in diesem Sinne. Gaius war sehr treu. Gaius war sehr wierter. Er war vielleicht gar nicht jemand, der dort lehrte am Ort. Aber er war treu in seinem praktischen Leben für Christus. Was tat er denn großartiges? Was tat er denn großartiges? Vers 5 er nahm Brüder auf. Wierszu 5. Wir sagen, dass du wierteren Schwestern beherrst, wenn du die Brüder auslösst. Also du sie als die Brüder auslösst. Jetzt würde man vielleicht denken, das machen wir alle oft in einer gewissen Weise. Und jetzt vielleicht jemand von euch denken, dass wir manchmal etwas so machen können. Er nimmt aber nicht nur solche, auch mit denen er verwandt war. Er nimmt auch nicht unbedingt solche, auch mit denen er befreundet war. Er nimmt auch nicht unbedingt welche, auch mit denen er befreundet war. Anni też nie przyjmował takich, którzy charakterizowali się tak zwanym znanym nazwiskiem. Sondern, und das wird hier ganz scharf betont. Ale, i to bardzo ostro jest tutaj w tym tekście podkreślone. Fremde Brüder. On wyświadcza te usługi braciom zwławcza obcym, czyli przychodniom, jak z naszej Biblii jest napisane. Ernam solche, auf die ich vorher noch nie gesehen hatte. Czyli to oznacza, że on przyjmował takich, którzy byli w podróży, których on nigdy prędzej w życiu nie widział. Solche, von denen er vielleicht vorher noch nie etwas gehört hatte. A może i tacy, o których on nigdy wcześniej nie słyszał. Aber die dort, in diese Gegend kamen, um das Evangelium zu verkündigen. Ale tacy, którzy przychodzili, aby w tych rejonach, gdzie mieszkał Gaius, głosić Ewangelię. Ernam solche, auf die nichts hatten. A to oznacza również, że przyjmował takich, którzy niczego nie posiadali. Und das tat er sehr treu, wie es vers 3 sagt. I tak jak to podkreśla wiersz Czeci, on to czynił bardzo wiernie. Das sind diese Brüder gewesen, die anschließend ein großes Zeugnis von ihm ablegten. A więc on, teraz to czyniąc, mógł doświadczyć tego, że tacy bracia też i do Jana przynosili bardzo dobre świadectwo o tym Gaiusie. Nämlich von seiner Liebe, die er hatte zu den Gläubigen. Und sie legten dieses Zeugnis ab vor der Versammlung, wahrscheinlich das örtliche Zeugnis, wo Johannes selbst war. I oni składali to świadectwo przed Zborem, prawdopodobnie tym, do którego Jan uczęszczał. Es geht also hier gar nicht um ein großes Werk, was dieser Gaius tat. A więc nie chodzi tutaj o jakieś wielkie rzeczy, wielkie dzieła, jakoby ich dokonywał Gaius. Sondern es ging darum, dass er gastfreundschaft übt und das in einer sehr treuen und hingebungsvollen Weise. Ale po prostu tu chodzi o wyświadczanie gościnności i to w sposób bardzo wierny i w pełnym oddaniu. Ich will mal einen anderen Mann kurz erwähnen aus dem Kolossabrief. Chciałbym krótko teraz wspomnieć o innym mężu, który jest opisany w liście do Kolossam. Vers 7, er heißt Epaphras. W I rozdziale, w VII wierszu, czytamy o pewnym bracie, który nazywał się Epaphras. Er war der geliebte mitknecht. Und nazywanego tutaj umiłowanym współsługom naszym. Ein treuer Diener des Christus für euch. Który ist wiernym Sługom Chrystusowym dla was. Wir denken, was hat der Mann großes getan? A my może sobie myślimy, cóż takiego wielkiego ten mąż uczynił. Dass der Apostel Paulus so viele Worte um ihn verliert. Że Apostel Paweł akurat użył tak wielu słów, aby o nim opisać. Worin war dieser Mann so treu? I w czym ten mąż akurat był tak bardzo wierny? Der Apostel gibt uns die Antwort. I Apostel daje nam tutaj od razu odpowiedź. Am Ende von Kolossa 4. Das kennzeichnet dieses Epaphras, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Vers 12. 12. Vers 4. Vers 4. Czytamy o tym, Epaphrasie, że to czy on za was bój w modlitwach. Ist das nicht etwas großartiges? Czy to nie jest coś wspaniałego, usłyszysz takie świadectwo o danym człowieku? Das kommt hier nicht auf die Größe dieses Dienstes an? Bo przecież nie chodzi o jakąś wielkość wykonywanej służby. Das kommt auf die Treue in dem Dienst an. Właśnie chodzi o wierność w wykonywaniu małej nawet służby. Der eine war ein beter. Jeden z tych, o których mówimy, był człowiekiem modlitwy. Der in den gebeten rang. Człowiek ten walczył w modlitwach. Und er tat ist treu. A czynił to wiernie. Und Gott sorg dafür, dass das entsprechend erwähnt wird in dem Brief. I Bóg o to się postarał, aby ta rzecz została w odpowiedni sposób wzmiankowana w listach. Und der andere übte Gastfreundschaft. A inny z braci właśnie wyświadczał tą gościnność. Und der tat ist treu. I też czytamy o nim, że czynił to wiernie. Und Gott sorg dafür, dass es erwähnt wird in diesem Brief. I Bóg o to się postarał, aby te dwie osoby były wzmiankowane w listach Nowego Testamentu. Und wie viel Platz benutzt der Heilige Geist für diesen kurzen Brief. Und wie viele места Duches на das посwящa, aby w tym krótkim, trzecim liście Jana też o tym wspomnieć. Zwischen den Zeiten lernen wir, dass dieser Dienst nicht einfach ist. Tak, pomiędzy wierszami dowiadujemy się, dass wykonywanie tej służby nie było rzeczą łatwą. Wahrscheinlich waren solche darunter, die das dem Gaius gar nicht dankten. Może byli wśród tych, którzy odbierali tą gościnę od Gaiusa, tacy, którzy nie podziękowali mu za to. My może byśmy powiedzieli, że tu chodzi o takich ludzi, którzy ze względu na swój charakter byli trudnymi do współżycia. Und auch wenn das manchmal der Fall ist. Ale, jakby, czasami nawet zdarzył się taki przypadek. Sagt Johannes dem Gaius. To Jan mówi tutaj do Gaiusa. Dann tust du trotzdem gut daran, wenn du sie auf eine gotwürdige Weise geleitest. Am Ende von Vers 6. To czytamy tutaj pod koniec szóstego wiersza, że ty dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich drogę, jak przystoj ich przed Bogiem. Also der Dienst war nicht einfach. A więc wykonywanie tego rodzaju służby nie było rzeczą łatwą. Gaius tat ihn treu. Dodatkowo czytamy, że Gaius ją wiernie wykonywał. Aber er war vielleicht manchmal etwas enttäuscht über das Verhalten der Aufgenommenen. Ale prawdopodobnie był też od czasu do czasu zawiedziony tym sposobem postępowania tych, którym udzielał Gościny. Johannes sagte ihm und uns, guck nicht darauf. I Jan mówi do tego Gaiusa, a tym samym do nas wszystkich. Nie zwracaj na to uwagi. Bleib treu dieser Aufgabe. Tylko dalej wiernie wykonuj to zadanie. Er sollte sie nicht auf eine brüderwürdige Weise geleiten. On chce go tutaj do tego nakłonić, aby wykonywał tą służbę w sposób godny brata. Sondern auf eine gotwürdige Weise. Ale również też i w sposób taki, jaki by był godny Boga. Das heißt also den blik ausschließlich auf die Gedanken, auf die Wünsche Gottes richtend. To znaczy, że on koniec końców chciał skierować jego spojrzenie na myśli Boże. Denn auch wenn sie manchmal schwierig sind. Bo nawet jeżeli wykonywanie jakiejś służby jest trudne. Es sind solche, die für den Namen Christi ausgegangen sind. To wiemy, że ta służba jest wykonywana w stosunku do tych, którzy też wyszli w celu jakiejś służby w imieniu Bożym. Ich könnte auch sagen für den Namen Jesu. Można by powiedzieć w imieniu Jezusa. Hier steht kein Name, hier steht nur das Wort Name. Tutaj to dobitnie nie jest podkreślone, jakie imię. Sie sind ausgegangen für den Verachteten. Tylko jest napisane, że oni wyszli w służbie dla tego, który jest pogardzany. Und sind selbstverachtete. I tym samym to spowodowało, że sami byli również pogardzani przez otoczenie. Und obwohl sie nichts haben, nehmen sie nichts von den Nationen. Obwohl sie nichts haben, nehmen sie nichts von den Nationen. A dodatkowo czytamy, że nawet jeżeli oni sami niewiele posiadali albo nic nie posiadali, to wybierając się w drogę, nie przyjmowali niczego ze strony Pogan albo narodów. Sie lassen sich nicht durch ungläubige Menschen für ihren Dienst im Herrn bezahlen. A więc to oznacza, po prostu nie pozwalali sobie dać wynagrodzenia przez niewierzących ludzi za ich służbę wierną dla Pana. Denn würden sie das tun, wäre es nicht mehr das Werk Gottes. Bo gdyby tak to przyjęli, to okazałoby się, że nie wykonują tego dzieła Bożego. Dann wäre es das Werk von Menschen. Bo wtedy by się okazało, że wykonują dzieło ludzkie. Man würde sich unter eine ungläubige Macht stellen. I tym samym można by powiedzieć, że stawialiby się jak gdyby do dyspozycji tak mocy tych niewierzących ludzi. Und wäre nicht mehr frei in den Worten, die Worte auszusprechen, die man aussprechen muss. I to by mogło spowodować, że nie czuliby takiej swobody, aby wypowiadać te Słowa, które Bóg im dawał do serca, aby były wypowiedziane. Es gibt in Amerika ein neues, öffnetes Bibelmuseum in Washington. Jest w Ameryce nowo otwarte Muzeum Biblii w Waszyngtonie. Die Idee dahinter war, die Botschaft der Bibel zu verkündigen und die glaubwürdigkeit der Bibel. Ideą otwarcia tego muzeum było podkreślenie wiarogodności Biblii i tego poselstwa, jakie Biblia przekazuje. Doch man verliß sich nicht auf spenden von Gräubigl allein. I przy zakładaniu tego muzeum nie ograniczono się tylko do przyjmowania darów czy wsparcia ze strony ludzi wierzących. Man haben auch staatliche Gelder und nicht wenige. Wykorzystano też i pieniądze państwowe, i to nie małe. Die Folge war, dass die Botschaft beschnitten wurde. A następstwem tego było to, że poselstwo, jakie zostaje przekazywane przez te muzeum jest wielce ograniczone. Man findet in einem riesigen muzeum nicht einmal das Wort sünde. I w tym ogromnym muzeum ani razu nie ma wzmianki tego słowa grzech. Man findet nicht das Wort vergebung. Ani razu nie ma też wzmianki o słowie przebaczeniu. Man findet nicht das Wort, den Namen Jezus. Ani razu nie jest wzmiankowane imię Jezusa. Und am Ende der Bibel ausstellung wird die normale Bibel, die Bibel der Zeugen Jehovas und das Buch Mormon auf die gleiche Stufe gestellt. I pod koniec tego długiego przechodzenia przez muzeum wyłożone są księgi biblijne. I co się okazuje? Na jednej płaszczyźnie położona jest Biblia, księga Mormonów i Biblia zniekształcona przez Świadków Jehovas. Man musste liberal werden. Bo muzeum stwierdza, musimy być liberalni. Hier waren wo solche, die Namen nichts von denen aus den Aktionen. Ale my tu czytamy, że byli to tacy, którzy w siódmym wierszu niczego nie przyjmowali od Poga. Sie waren völlig frei, deswegen der Verkündigung der Botschaft. I to spowodowało, że oni mieli całkowitą wolność, aby przekazywać takie poselstwo, jakie otrzymali ze strony Bożej. Aber ihr Leben war deswegen alles andere als einfach. Ale to też spowodowało, że ich życie nie było łatwe, gładkie. Das ist der Preis, den diese treuen Leute freiwillig zahlten. Taka jest cena, jaką musieli zapłacić ci wierni ludzie w tej służbie, którą wykonywali. Gaius nahm sie auf, obwohl er sie nicht kannte. Gaius, pomimo tego, że ich nie znał, też ich przyjął. Jetzt kommt was sehr schönes in Vers 8. I teraz możemy przejść do bardzo pięknej rzeczy, która jest opisana w 8. wierszu. Jetzt spricht ihr nicht der ermahnende Apostel Johannes. W tym wierszu nie słyszymy tego napominającego apostoła Jana. Er sagt nicht ihr, nun seid schuldig solche aufzunehmen. On nie mówi tutaj, wy jesteście tymi, którzy macie tą powinność, aby takowych przyjmować. Sondern dieser alte, der einzig noch lebende Apostel in der Zeit. Ale ten stary, jedyny ze wszystkich 12 apostołów jeszcze w tym czasie żyjący apostoł mówi, der macht sich hier völlig eins mit Gaius und anderen, że on całkowicie się jednoszy z Gaiusem i tymi pozostałymi. Er sagt wir nun. I mówi, tak i my. Das wir ist betont. I to słówko my w tym ósłym wierszu jest szczególnie podkreślone w oryginale. Er schließt sich vollkommen mit ein. Wir nun sind schuldig solche aufzunehmen. I podkreśla to, że my jesteśmy teraz winni takich gościnnie podejmować. Denn alleine dadurch werden wir schon mitarbeiter an der Wahrheit. Bo tylko przez to samo, że ich przyjmujemy, stajemy się współpracownikami w głoszeniu prawdy. Erinnern wir uns noch an Epaphras. Jeszcze raz pozwólcie, że przypomnę o Epaphrasie. Er war nicht nur der treue mitknecht. Er war nicht nur der treue diener. Er war nicht nur der treue mitknecht. 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 Obwohl er einen ganz anderen Dienst hat als der Apostel Paulus. A pomimo tego, że on, niezależnie od tego, że on wykonywał przecież całkowicie inną służbę niż wykonywał Apostoł Paweł, war er doch durch seine treue ein mitknecht. To jednak na podstawie jego wierności w wykonywaniu tej służby został nazwany przez Apostoła współpracownik. Und so werden wir hier mitarbeiter an der Wahrheit. Tak też i tutaj my stajemy się tymi współpracownikami prawdy, przy prawdzie. Ist schon ein bewegender Abschnitt hier. To jest naprawdę bardzo poruszający urybek Pisma Świętego, jaki mamy przed sobą. Aber na przykład gab es an diesem Ort, wo der Gaius war, auch ein Problem. Ale na tym miejscu, w którym też i przebywał Gaius, pojawił się ein Problem. Und das ist der sogenannte Diotrephes. I na tym miejscu pojawił się człowiek nazywany Diotrephes. Er wollte am Ort der Erste sein. Człowiek, który w tym miejscu lubiał odgrywać wśród wierzących rolę człowieka, który był na pierwszym miejscu. Der Erste heißt auf Latein Primus. Ten pierwszy po łacinie nazywany jest Primus. Und das ist ganz interessant. I to jest bardzo interesujące. Wir lesen in der Apostelgeschichte und auch im Römerbrief, że czytamy w Dziejach Apostolskich, jak również w Liście do Rzymian. Ich weiß, jetzt nur die Stelle aus dem Römerbrief im Augenblick auswendig. Ja tylko pamiętam to miejsce z Dziejów Apostolskich. da heißt es in Römer... Przepraszam z Listu do Rzymian. Muszę to znaleźć chwilkę. Da lesen wir in Vers 22 von Römer 16 von einem Bruder, der heißt Tertius. Und das bedeutet der Dritte. Am Ende von Vers 23 lesen wir von einem Bruder, der heißt Quartus. Das ist der Vierte. A w 23 Wierszu czytamy o Brasie, który nazwany ist Quartus. To tłumaczy się czwarty. Und ich meine in Apostelgeschichte lesen wir von einem Bruder, der heißt Sekundus. Das ist der Zweite. A przypomina mi się, że w Dziejach Apostolskich jest też mowa o bracie, który miał imię Sekundus, a to oznacza Drugi. Aber es gibt keinen Bruder, der heißt Primus. Ale nie ma ani jednego Brata, który by miał imię Primus. Der Erste. Czyli w przetłumaczeniu Pierwszy. Es würde auch nicht passen. Bo z całą pewnością byłoby to nie pasujące do Słowa Bożego. Denn der Erste ist ein Name, der ausschließlich dem Herrn Jezus zusteht. Dlatego, że Pierwszy to jest zawsze imię czy nazwa, która tylko i wyłącznie należy się Panu Jezusowi. Ja on sagt das selbst in der Offenbarung ich bin der Erste und der Letzte. Aber hier in Vers 9 und in Vers 10 haben wir Bruder Primus. Aber hier in unserem Trzecim liście Jana czytamy o Bracie, który siebie samego nazywa Primus. Jemand, der unbedingt der Erste am Ort sein will. A więc człowiek, który do tego zawsze dążył, aby na tym miejscu, gdzie był odgrywać zawsze pierwszą rolę. Hier geht es um ein örtliches Zeugnis in Vers 9. Hier czytamy, że chodzi o miejscowy Zbór. Gaius selbst auch hinging und eben auch Diotrephes. Jetzt finden wir etwas ganz Interessantes dass der Apostel napisał do niego List. Warum ist das interessant? Weil es um zeigt, dass die Apostel noch mehr geschrieben hat als das, was wir hier im Wort Gottes haben. Das wskazuje na to, dass Apostel nicht aber das zeigt uns das Wunder der Zusammenstellung der Bibel. Aber das alles nam podkreß hat. Aber es ist auch der Biblischen Bibel. Und das ist das Sammeln der Bibelischen Bücher. Gott wirkte auch gleichzeitig in den Empfängern, dass sie verstanden, das ist ein inspiriertes Wort Gottes, dass wir aufbewahren und und das ist ein Bestandteil der Heiligen Schrift. Von anderen Büchern wussten sie, sie gehören nicht dazu. Nehmen wir noch einmal den Kolosser Brief. Ganz am Ende. Na sam koniec tego listu spojrzyjmy. Da ist es in Vers 16. I czytamy tam w 4. rozdziale w 16. Wenn dieser Brief, das heißt der Brief an die Kolosser bei euch gelesen ist, wird lebt, dann kümmert euch darum, dass er nach Laodizea kommt und dort auch gelesen wird. Postarajcie sich auch darüber, dass er auch lebt, in der Laodizei. Und dann kümmert euch darum, dass ihr den Brief lest, den ich an Laodizea geschrieben habe. Aber diesen Brief haben wir heute nicht mehr. Den Brief an die Kolosser haben wir. Aber den Brief an die Laodizea nicht. Den den Brief hier, des Johannes, den er an Gaius geschrieben hat, den haben wir. Aber den Brief, den er vorher an die Versammlung geschrieben hat, den Diotrephes abgefangen hat, den haben wir nicht mehr. Aber den List, den Apostol Paweł skierował wcześniej do całego zboru, den List przechwycił Diotrephes, tego nie haben wir. Das heißt, Gott wirkte immer auf zweierlei Weise. A to wszystko świadczy o tym, że Bóg działa zawsze w dwojaki sposób. Das entbindet nicht den Diotrephes von seiner Verantwortung. To wcale nie uwalnia Diotrephesa od jego odpowiedzialności przed Diotrephes es zeigt, wie Gott das alles in seiner hand hält. Ale to wszystko pokazuje nam, jak Bóg wszystko ma w swoich rękach i tym kieruje. Jedno miejsce jeszcze do tego chciałbym przeczytać z 5. Księgi Mojżeszowej. 5. Mose 31 31 rozdział Da haben wir genau das was ich gerade sagte. Tu czytamy dokładnie to o czym przed chwilą opowiadałem. 5. Mojżeszowa 31 Vers 24 zeigt uns dass Mose schrieb das Wort Gottes vorher lesen wir unter der Leitung Gottes. I w 24 czytamy że Mojżesz spisał do końca wszystkie słowa tego zakonu jaki jest zawarty w tej Księdze. Aber dann gibt es einen zweiten Auftrag der von Gott ausgelöst wurde. Aber istnieje drugie zadanie które zostało przekazane przez Boga. Vers 25 und Vers 26 am Anfang i to czytamy w w 25 i początek 26 Bóg rozkazał Mojżeszowi aby przekazali Levitom i czytamy na początku 26 wiersza weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z Bogu skrzyni przymierza Pana Boga waszego. Also was für das Alte Testament gilt für das Neue Testament und um gekehrt. I to co dotyczy było prawdą i zastosowane w Starym Testamencie dotyczy Nowego Testamentu i na odwrót. Bóg wirkte auf zweierlei weise. Bóg działa i działał w dwojaki sposób. Was ist das kennzeichie von diesem Diotrefes? Ale wróćmy z powrotem do tych charakterystycznych tego Diotrefesa. Das eine ist erweigert sich gastfreundschaft zu üben. Verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht um solche die sie nicht aus üben können. Es geht nicht nicht Man kann nicht die Räumlichkeiten haben. Oder gar nicht die materiellen Möglichkeiten. Darum geht es hier nicht. Es geht um solche, die es nicht wollen, obwohl sie es könnten. Er ist nicht nur jemand, der die Brüder nicht annimmt. Das könnte man, wie gesagt, noch verstehen, wenn er nicht die Möglichkeiten hätte. Aber er bereitet denen Schwierigkeiten, die bereit sind, solche Brüder aufzunehmen. Das heißt sogar hier, er wehrt auch denen. Die es eben tun wollen. Oder stößt sie sogar aus der Versammlung. Was für ein schrecklicher Mann. Ohne Frage ein Gläubiger. Aber der den Platz, der Demut vollkommen verlassen hatte. Aber der Mann, der allgemein, der vollkommen verlassen hat. Der der erste sein will. Der Mann, der will auf die erste Rolle. Es geht immer um solche, die etwas wollen, was ihnen nicht zusteht. Denn es gibt Brüder, die sind reich. Und wir können Gott danken, dass es solche gibt. Aber es gibt auch solche, die reich werden wollen. Und das ist eine große Gefahr. Aber es gibt auch solche, die können nicht arbeiten, weil sie vielleicht krank sind oder ihre Arbeitsstelle verloren haben. Mogern auch diese, die nicht arbeiten können, weil sie schmerzen sind. Oder diese, die verabschieden haben. Aber es gibt auch solche, sagt Paulus, an die Thessalonischen, in den zweiten Briefen, die nicht arbeiten wollen. Aber es gibt auch solche, die, die Apostel Paweł pf. in den zweiten Briefen, in den Thessalonischen, die nicht arbeiten wollen. Wir merken, worum es geht. A więc z pewnością zauważamy, o co chodzi. Der Apostel Johannes spricht eine Warnung aus. Tutaj Apostel Jan wypowiada sehr wichtige Begriffe. Auf der anderen Seite sagt er, ich musste das hier in diesem Brief schon mal erwähnen. Aber er sagt auch, aber er sagt auch, ich sage es mit meinen eigenen Worten. Ich sage es mit meinen eigenen Worten, sagen ihm Diotrephes, ich werde kommen. Powieds ihm Diotrephes, dass ich irgendwann bei euch kommen werde ich dich persönlich zurechtweisen. So beginnt Vers 16, Vers 10 zwischen den Zeilen. Und dann, wenn ich komme, möchte ich an seine Werke erinnern, die er tut. Wenn ich komme, dann erzähle ich ihm die Übungen, die er tut. Er sagt in Vers 11, geliebte Arme, nicht das Böse da. Das ist auch eine wichtige Botschaft für uns. Vielleicht denken wir manchmal, was habe ich mit so einem Satz zu tun. Und wenn er das tut, dann kann ich das auch tun. Und wenn er so etwas Schlimmes macht, dann kann ich das ja auch machen. Wenn er etwas Schlimmes macht, dann kann ich das auch machen. Wenn derjenige vielleicht nur viermal im Monat in die Versammlungsstunde kommt. Wenn jemand so etwas Schlimmes macht, dann kommt nur viermal im Monat in der Versammlungsstunde. Und kommt vielleicht zwölfmal nicht. Und dann kommt nicht durch 12 nächsten Wochen. Ja, so schlimm bin ich nicht, kommt immer zehnmal. Ja, das ist doch nicht so ein Schlimmes. Ich komme nur viermal im Monat in der Versammlungsstunde. Wie schnell kann man so argumentieren wie hier? Wie schnell argumentieren wir so? Hier, Vers 11. Geliebte, aber nicht das Böse, na. Und wichtiges Vers für unser praktisches Christenleben. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Weil es gibt so zwei Gruppen von Menschen. Solche, die aus Gott sind. Töche, die aus Gott sind. Ihr Kennzeichnis, sie tun das Gute. Und ich charakteristisch ist, dass sie tun das Gute. Und solche, die nicht aus Gott sind, sie tun immer das Böse. Und solche, die nicht aus Gott sind, sie tun das, was ist scheinbar. Kann ein Ungläubiger Mensch nicht gute Werke tun? Kann ein Ungläubiger Mensch tun? Kann ein Ungläubiger Mensch nicht gute Werke tun? Oder mich bям. Arme unterstützen, zum Beispiel? Oder die zu unterstützen, zum Beispiel? Ach, natürlich. Natürlich. Kann ein Ungläubiger Mensch tun? Aber weil ein Ungläubiger ist, wird er aus sich heraus raus. und nicht aus der Beziehung zu Gott ja, wenn es nicht aus Gott ist, ist es nicht gut und deswegen kann jemand ohne Gott vom Prinzip her aus der Sicht Gottes keine guten Werke tun auch wenn sie vielleicht aus den Augen der Menschheit trotzdem gut sind ja, das Kennzeichen dieser Sätze bei Johannes ist, man kann sie umdrehen wer Gutes tut, der muss aus Gott sein und wer aus Gott ist, tut ihm auch Gutes auch wenn er in seinem Leben schon mal sündigt aber es geht um das Prinzip es wird noch kurz eine zweite Person eingeführt und das finde ich hier so unheimlich schön an diesem Brief vielleicht denkt, dachte dieser Gaius lohnt sich überhaupt was kann ich machen gegen diesen mächtigen Diotrephes? Johannes sagt in Vers 12, Mensch Gaius, du bist nicht allein a Jan pokazuje tutaj temu Gaiusowi Gaiusie, przecież ty nie jesteś sam da ist noch ein Demetrius ty nie występujesz sam przeciwko Demetriusowi przepraszam temu Diotrephesowi, masz Demetriusza przy swoim boku dem ist ebenfalls ein wunderbares Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst w 12. wierszu czytamy o tym, że temu Demetriusowi wszyscy wystawili piękne świadectwo a nawet sama prawda weißt du, das kann manchmal sein, wenn es schwierigkeiten dort gibt, wo wir sind tak, czasami może się tak zdarzyć, że jeżeli pojawią się trudności w tym miejscu, w którym my przebywamy sehen wir vielleicht nur noch die schwierigkeiten to my może jesteśmy skłonni widzieć tylko te trudności sehen vielleicht nur noch unsere Schwachheit i dodatkowo jeszcze do tego zaczynamy zauważać naszą własną słabość i w ogóle tego, o tym zapominamy, że są też i inni, którzy są wierni hier sagt er noch einmal, Gaius, da ist noch einer, dieser Demetrius der ist auch wunderbar treu in der Wahrheit i tak tu widzimy tego Gaiusa, do którego jest to cudowne słowo skierowane Gaiusie, przecież jest i inny, wierny, cudownie wierny współpracownik Demetrius zwróć na niego uwagę tematem tego listu nie jest napominanie tego Diotrefesa nie, tematem tego listu jest właśnie zachęta do działania dalszego dla tego Gaiusa zostanie dalej wiernym wykonywaniu twojej służby nawet jeżeli pojawiają się trudności jednak wir geben dem Demetrius Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr jest tak i wszyscy dają świadectwo temu Demetriusowi a ty dobrze wiesz, że to jest prawdą a na koniec jeszcze do tego dodaje miałbym ci wiele do napisania i ja myślę, że tu chodzi apostołowi że mógłbym jeszcze o wielu dobrych rzeczach przeczytać ale ja nie będę to teraz robił pisemnie mówi, to co dla mnie było takie bardzo ważne to ja ci tutaj te najważniejsze rzeczy napisałem ale resztę to ja omówię z tobą usta w usta zwróćcie na to uwagę co ten bardzo stary w podeszłym wieku Mąż Boży Jan mówi sondern ich hoffe dich bald zu sehen pisze tutaj mam nadzieję że ciebie wkrótce zobaczę und wir wollen mündlich miteinander reden i będziemy ze sobą osobiście rozmawiać dieser alte Mann wollte sich auf den Weg machen, um diesen Gaius zu besuchen ten stary Mąż Boży chciał udać się w podróż aby odwiedzić tego Gaiusa um viele Dinge miteinander wie es hier heißt oder eben auch von Mund zu Mund zu besprechen i wiele rzeczy osobiście tak jak tutaj jest napisane usta w usta omówić my meinen heute vielleicht manchmal wir schicken schnell de SMS my sobie czasami myślimy a wystarczy jak ja mu poślę SMS'a oder wenn wir uns ein bisschen mehr mühe machen den e-mail a jeżeli ktoś bardziej się chciałby podruścić no to dobrze napiszemy mu dłuższego e-maila und meine sind die Probleme gelöst i ktoś sobie pomyśli tym samym problem jest rozwiązany so geht es nicht zeigt Johannes ale Jan mówi nie tak to się nie robi to się nie uda er will sich aufmachen nie Jan chce wybrać się w podróż z małą z całą pewnością również po to aby tego diotrefesa doprowadzić do porządku doch zum anderen und das ist eine sehnliche hoffnung i jednak też i w drugiej sprawie i to ma największą nadzieję um erstens Gaius zu sehen że po pierwsze będę widział się z tobą Gaiusie um zweitens um von mund zu mund mit ihm zu sprechen a po drugie aby osobiście z tobą porozmawiać Gaius genieße den Frieden Gottes Gaiusie niech pokój Boży będzie z tobą i ciesz się nim so sagt er Friede dir tym samym te słowo które jest w 15 wierszu tak się wykłada pokój z tobą es gab diese treuen Brüder die er aufnahm bo byli tacy bracia wierni którzy innych braci przyjmowali erkannte sie nicht es waren Brüder przecież nie znali ich że oni byli braci es waren keine Freunde nie byli przyjaciółmi wcześniej aber in vers 15 ist die rede von freunden ale w wierszu mowa jest o przyjaciołach es grüßen dich die Freunde pozdrawiają cię przyjaciele und so ist es unter uns auch i tak też ta sytuacja wygląda pomiędzy nami wir sind brüder und schwestern untereinander und miteinander my jesteśmy braci i siostrami między sobą razem ze sobą włączeni aber nicht jeder ist mit jedem auch freund nach dem biblischen sinn ale nie każdy od razu musi być z drugim bratem przyjacielem według tego biblijnego sensu sprüche 17 vers 17 sagt ein freund liegt zu aller zeit und als bruder für die drange wird ergeboren auch Gott ist sehr vorsichtig mit diesem Wort er nennt Abraham seinen freund er m.in. nennen Abrahama swoim przyjacielem der Herr Jesus nennt in Johannes 15 die jünger seine freunde a Pan Jesus Ewangelii Jana 15 rozdiale nazywa również przyjaciółmi swoich własnych uczniów vers 13 größere liebe hat niemand als diese dass jemand sein leben lässt für seine freunde ihr seid meine freunde wenn ihr tut was ich euch gebit Jana 15 rozdział 13 14 wiersz większej miłości niekt niema nad tym jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich jesteście przyjaciółmi moimi jeśli czynić będziecie co wam przykazuję dlaczego tak nie powiedział Pan Jezus już w 6 rozdziale Jana albo w 10 rozdziale Jana dlatego że właśnie Pan był bardzo ostrożny w używaniu tego słowa bo Pan Jezus nie powiedział tego w 15 rozdziale tutaj do 12 uczniów on to powiedział tylko do tych 11 uczniów on tego wyrażenia przyjaciele użył dopiero wtedy gdy Judasz opuścił tą społeczność i Pan mógł zwrócić się ze słowem przyjaciele tylko do tych 11 którzy byli mu wierni dlatego i dlatego przed tym 13 rozdiałem Ewangelii Jana byłoby to naprawdę nie na miejscu nie pasujące żeby użył tego słowa czytamy o tym w Ewangelii Jana 13 rozdział 30 wierszy on więc czyli Judasz wziął kawałek chleba natychmiast wyszedł a była noc oczywiście my wszyscy jesteśmy braćmi pomiędzy sobą i wszyscy jesteśmy między sobą braćmi i siostrami bo wszyscy jesteśmy odkupieni równie kosztowną krwią Pana Jezusa ale stosunki przyjacielskie pielęgnujemy tylko z niektórymi wśród braci czy sióstr bo nie z każdym tak jest to nie tak jak w przypadku Facebooka że można w krótkim czasie sobie tak zwanych tysiąc przyjaciół nazbierać ale przecież dobrze wiemy że to nie są nasi przyjaciele nie my mówimy o prawdziwych przyjaciołach a więc z kimś takim mam swój osobisty związek i tak ten krótki list kończy się znamiennym słowem pozdrow imiennie przyjaciół a w tamtych czasach imię zawsze było związane z charakterem danej osoby dlatego też Pan Jezus nosi wiele imion dlatego że jedno imię by nigdy nie wystarczyło aby go w odpowiedni godny sposób opisać a więc rozważaliśmy teraz bardzo krótki list ale list który na pewno sięgną głęboko do naszego serca list który posiada głębokie praktyczne pouczenia dla naszego duchowego życia bądźmy wszyscy tacy jak Gaius którzy festhalten in der Wahrheit którzy mocno trzymamy się Prawdy treu wandeln in der Wahrheit i wiernie chodźmy w prawdzie dziękuję dziękuję Vielen Dank. 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 Diese Körper kann ich formen. Er lässt sich so formen, wie ich sie haben möchte. Sie ist von jetzt, sagt Gott, dein Herz ist weich geworden. I do tego męża Bóg powiedział, widzisz, teraz twoje serce zmiękło. Jetzt sagt Gott, dein Herz lässt sich so formen, wie ich es gerne haben möchte. I tym samym mu powiedział, spójrz, twoje serce teraz mogę tak uformować, jak ja bym chciał, żeby ono wyglądało. Das heißt, das Herz dieses Königs richtete sich nach dem Wort Gottes aus. To oznacza nic innego, jak to, że to serce tego Króla zaczęło teraz postępować według Słowa Bożego. Jest to jedyny Król, o którym w całej Biblii możemy w ten sposób przeczytać. I to dla Boga było tak ważną rzeczą, że w tym równoległym miejscu, czyli w Księdze Kronik, która powtarza tę historię, jeszcze raz Bóg o tym wspomina. I mówi o tym miękkim sercu tego Króla. I taką mam nadzieję, że wszyscy takie serce macie. Bo gdy czytamy Słowo Boże, to w ten sposób to Słowo działa, że formuje nasze serce. Ale to też powoduje, że odpowiednio do tego Słowa zaczynamy zmieniać swoje życie. Oby też mógł Bóg powiedzieć też i o was samych, ponieważ twoje serce stało się miękkie. A następstwem w życiu dalszym Josiasza było to, że on znalazł się pod całkowitym Błogosławieństwem Bożym. I dokąd właśnie takiego rodzaju serce posiadał, to on cały czas żył z tym Błogosławieństwem Bożym. I to zdarzenie jest bardzo ważnym połączeniem dla nas. Nie ważne, ile macie lat, to jest rzeczą bardzo ważną, abyście posiadali tego rodzaju miękkie serce. Zobaczmy. 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 Zobaczmy.